Hallo und herzlich Willkommen ich bin Broweth von Casey Abel und der Stormplay und ich starten ein neues Projekt und zwar den MB2 Classic Mode, das normale MB2 und zwar den Multiplayer Ich bin auf Level 1 und muss mit der FAMAS und dem Granatwerfer-Aufsatz anfangen, weil das... und da bin ich schon weg weil ist schon klar, wir haben keine Waffen und so und das ist alles halt weg, was wir vorher hatten das müssen wir halt so und da habe ich ihn nicht gekriegt und ja, erzähl mal was über deine Waffe und ich bin schon wieder tot Ja, ich spiele auch mit der FAMAS und dem Granatwerfer und einer so ein Künstler-Zweißwaffe EP2000 keine Ahnung, was das Ding ist aber wird auf jeden Fall Spaß machen Oh man, jetzt habe ich das falsch eingestellt Was, ich? Ja, nicht töten Einer der Dicks ist voll krass Warte Oh man, ich habe das jetzt noch so eingestellt Och man, nee, nein, egal Ich muss das schnell umstellen Egal Oha Was? Hättest du das gesehen? Juhu Ich habe gerade von dem einen Ende, also gegenüber von dem komischen Häuschen da Also im Haus drin das Häuschen Ich habe zum Granatwerfer reingeschossen Okay Ich habe genau zwei Stücke gekillt Egal, jetzt und Toki halt mal so, weil ich mich sehr anders gewinnt bin Äh, ja, wir spielen, okay, da bin ich weg und zwar von dem Frischling auf Level 70, alles klar Äh, wir spielen auf Terminal Jo Äh, Jo Und ich bin das eigentlich nicht gewöhnt So, okay, da ist mein Kill Ich bin, ich bin es jetzt wirklich nicht so gewöhnt, dass ich, ähm Weiß mit den erneuernden, mit diesen Waffenzock, normalzock jemand mit der Wechsel und so Also schon was anderes Das kämpf ich mal Na, wo bist du? Ja, ich spiele sowieso mit allem Möglichen Fuck, jetzt habe ich dich fast gerade erledigt Dass mir dieser Mr. Ace zu voll kommt Boah, ja, versperr mir doch noch mehr den Weg Vielleicht kriege ich mich dann gar nicht mehr durch Au Oh Gott, da werfe ich die Granaten Oh Mann, sind diejenigen Typen hier auf den Sack Ey, das spielst du ja gleich vorbei Was? Oha Wie schnell, Alter Ja, okay, das ist aber auch normales MB2 und keins Äh, IW4M, weil IW4M dauert viel länger Achtung, weistliche Aufwärmstorne gibt es noch viel weniger drin Oh Mann Okay, egal, zock mal einfach weiter Hat die jemand geschrieben? Hat die jemand geschrieben? Nö, dir? Okay, dann mach's von mir Was hast du jetzt gesagt? Ja, nein, ich hab's ganz verstanden Ja, doch, ich kann abgezogen mit der Pharma Da war's in diesem komischen Ding da drin 2 zu 1, 2, 2, 1 Ja, mit 2er KD, ja, ich komm nicht weit Teamwork Okay, wow, ich bin schon fast, der wird 2 In und in der Unterbrechung mache ich einen kleinen Karten, nee, oder auch nicht Scheiß drauf Klassenadetor kann ich noch nichts machen, vielleicht Rufzeichen Es geht alles nicht Alter Baba, baba, baba Unterbrechungen Irin, bitte, oh, nein, bitte Ich versuchte nicht Ich versuchte nicht erstmal einen Schluck was zu trinken Ja, Mann Seit man lebt, so gesund Sonst immer so 5 Liter Cola oder so ich habe hier sogar eine Kunde auf dem Tisch stehen. Geil. Ja, ich glaube, ich mache doch einen kleinen Cut jetzt. Man sieht, sie standen im Spiel. So, da sind wir wieder back. Ja, hallo. Und da sind wir wieder back. Dieses Mal auf High Rise. Und ich bin der erste... Ich bin der erste Tod. Das muss ich mir jetzt nochmal reinziehen. Oh Gott, Alter, wie der mich gekillt hat. Das musst du dir mal geben. Die zocken da alle im Sniper. Kann ich nicht. Ich bin schon wieder tot. Alter, wenn ich ein Kackwohnen in dem Spiel. Das war's gut. An der Verkauf der Führung. B.O.Z.Z. B.O.B. 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 E-B.O.B. B.O.B. 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 gehen mach ich eigentlich und da bin ich schon wieder zu Wort um das habe ich ein jetzt auch Gott meine Güte alter ich muss nicht aus der Steuerung gehen mal ja ich hab's gesehen jetzt einfach quer durch die Map ich hab dich wieder gekillt du darfst du nicht mitten in der Map stehen oh Gott alter ich glaub eigentlich immer nur irgendwo hin so haben wir schon ein Gemäser okay wo du dich gemäßt ich kann nicht mehr was also das ist so eine Umwegumstellung ich hab das alles viel anders umgestellt auf Dings bei Dings bei EB4M das und das Prozent 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 oh Double Kill oh ah du Wichser mit Granaten aber fuck den hätte ich jetzt gern gesehen Achtung feindliche Aufklärungsdrohne gesichert so ein Cross-Termass boah nicht treffig Alter wird von euch das ist geschützt denn geschützt nochmal echt fies hingestellt der die OZ hat sich was wieder kennt unter der Leiter nach oben also als nicht Leiter sondern treffe Koko ich krieg dich nicht gemessert ja ich habe gerade nicht zweimal gemessert kannst du meine Aufnahme reinzunehmen ich habe dich zweimal gemessert aber du hast es nicht für nötig gehalten zu sterben ok dann wirklich Dick's Camp Morbic oh Gott alter das Geschick ist ja mal richtig krass hingestellt ok da wurde ich abgetrunken let him he da hat einer das Komma vererbt ich werde dich vergessen oh Gott alter das gibt es nicht alle zocken sind mit dieser kacksen mit dieser blöden Intervention fuck my dicksen alter ich stell dir das tue ich dir leider zum Stimmkumpel fuck jetzt habe ich dich nur als Assist bekommen alter ich habe voll die geile KD ah ne doch nicht Achtung feindliche Aufklärungsdrohne gesiegt ich hätte gedacht 7 zu 1 oder ja 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 bei EVPM und so wie ist das wiii ok da wurde ich getötet Achtung feindliche Aufklärungsdrohne gesiegt Achtung feindliche Aufklärungsdrohne gesiegt ich kriege da gar nichts mehr hin warum man könnte die 4 zu 14 ich bin bei mir geht so einigermaßen 9 zu 15 10 Jahre nicht schlecht das erste Mal auch weiter irgendwie kann ich nicht mehr spielen macht nix ich weiß nicht warte ich würde sagen wir bauen alter das gibt's doch nicht auch ich hab getroffen Leute mit der Granate ich hab auch Kropp der Mapmann getroffen ich hab auch ich hab auch guck 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 vorbei wie ich schon mal 11 zu 16 naja passt schon passt schon bestellt wobei geht g voll übel neuer neuer Hintergrund die Begründung shit 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 egal egal auch die alte Leier ein neuer Titel ein neuer Emblee scharfschützen spielen sie mit 2 ok geil die alte Leier auch beim Morgon wer Kroll Julian was hat er gesagt hey hallo 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 till weak come wie geil Julien Go! Julien Go! Ne, neu neu. Du bist mega shallhornbar. Legendär Alter, legendär. Was? Knicky knacke. Kindergarten. Oh, er hat uns Kindergarten genannt,Does müssen wir weinen. nur weil er keinen Spaß versteht groß war nicht Kindergarten von Mario Kostnitz für euch hat gedacht wenn die Sendung dieser Frau die so diese Toten Geister so sind Tose Geister Kürtel auch gut das ich bin ich bin mit dir gar nicht gegen mich auf 2 okay ich bin da hallo oh ich hab T gesagt hallo aber noch die Runde oder so und dann hallo muss man in Chat sagen mit muss Z drücken ja hab ich noch mal pick pick oh mit seiner F2000 könnte ich kotzen Nick 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 meine Güte alter ich kann nicht zocken die Liedgegen und die die Kommen mit 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 er sagt er fast Peck Peck und ein Weg Weg nicht mit auf Peck Peck nicht mit ich glaube das ist der Roter noch danach macht Oder? Hallo? Oh Gott, da bin ich. Spiderschwein. Nick Nick! Fuck, da wurde ich gefett. Fettig gemacht. Nick Nick! Nick 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 Nick! Nick, Nick, like a Roadrunner. Das ist doch der Roadrunner, oder? Keine Ahnung. Also für mich ist Nick, Nick, der Roadrunner. Nee, der macht so... Dumm, dumm. Mit seiner Zunge so ganz komisch. Fuck, da ist der Typ schneller gewesen mit seiner OMP. Ja, aber das ist schon eine Umstellung, wenn du jetzt IWFM spielst und dann so deine eigenen Waffen hast. Mit denen du übelst lange so zockst, man muss so... So irgendwie zwei normal, so... Also für mich ist nicht unbedingt, weil ich verkehle, so wie so mit irgendeiner Waffe, die mir hingelegt wird. Jeder legt eine Waffe, nehmen wir sie auf. Cross the map. Ja, ich hab noch halt so Level 6 oder so. Einfach so die Waffen von den anderen Toten genommen. Ah, ich kann auf dieser Strecke nicht spielen. Sorry, wenn ich jetzt ne scheiß KD hab. 1 zu 5. 1 zu 5! Warum erinnert mich das nur so an Erdo Tricks? Weil ich jetzt wieder tot bin. Boah. Ey, das ist echt... Ja, ich hab jetzt 2 zu 5. Ey, das ist echt schwer, Alter. Oder was ist echt schwer? Du kannst ja nix gegen die anderen Waffen wirklich setzen. Klar. Ja, du musst halt schnell genug sein. Normal. Oder nicht? Ja, schon wieder als ein Nicknick, Junge! Jetzt schalst dein Maul! Nein, ich hab's vergessen. Gut, gelast! Nick, 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 Nick! Nick, 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 Nick! Nick, Nick! Alte, ich weiß schon, wie die Folge heißen wird. Nick, Nick, richtig. Scheißegal wie kacke ich spiele aber O.N. Nick Nick Wie der zubb Du befragst aber wo tue ich meine Waffe wechseln? O.F. O.Gott Jetzt nicht dein Ernst oder? O.F. Nee, bei auf EWFM ist es auf E. Ich hab noch einst. O.F. O.Gott, Alter. Alter, sieh ich mal mit was die Typen spielen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Weil ich glaub so sprechen die Mini Mois. Mini Mois? Ja, von ich, ich hab das schon gemacht. Da WTF wie laut ist der. Ja, das schon mal. Ja, das schon mal. Ja, Aufklärungsbono. 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 Aufklärungsbono online. Auf. 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 Und dann bin ich schon wieder tot. Was hast du für ne Quote? 5 zu 11. Naja, ich hab 1 zu 10. 5 zu 11. Weißt du, wie scheißegal mir das ist, welche Quote. Weißt du, wie egal mir das ist, dass meine Quote zerstört ist und so kann ich, das geht nicht. Na, stimmt. Die Quoten sind auf Scheiß, egal, Himmel. Ja, es kommt nur aufs Nicknack an. Nicknack. Come on, Nicknack. Das war nur ein Nicknack. Ja, der nickt. Aufklärungsbono online. Hö, hö, sag mal ein Nicknack mit nem ausgestrecktem Mund. Nicknack. Dann heißt's Fick. Ha. Fickfick. Ich tu jetzt einfach mal an Cross the Map schießen und hoff, dass ich irgendwas triff. Voll. Fickfick. Ja, ich hab' noch Granat. Ja, danke, dass mich daran erinnert. Ach, was mach' ich doch gerne. Also die Folge wird länger, glaub' ich, aber... Scheiß, auf erster Folge. Mein Gott, das Match noch fertig und dann... geht der Bro will Fire higher machen. Ja, higher, higher. Hi, hi. Ne, ich glaub' ich tu mir noch bisschen Leveln offline, tu mir noch bisschen Leveln. Bisschen so Sachen ändern, wie ich so, damit ich so bisschen was sitzen kann. Naim. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Sehr laut. Wird ja auch so laut. Ja. Turnin up your wires when you sleep! So. murdered my heart gone stop. auch und feiner vorgab geht man man auch nach oben ich krieg kein fliegt 6 zu 6 mit auch aber nicht mehr ich habe einen zweiten Killing gekriegt, bin ich nicht toll. Und da bin ich ausgeschaltet worden von BOT. Boss, you're really good. Stimmt, Granatwerfer. Warte, schauen, wo sie sind. Da hinten ist einer. So. Denkst du? Oh Gott, ich war der letzte Kill mit Granate. Du auch? Das musst du dir mal geben, Alter. Das musst du dir mal geben. Okay, das kommt noch, weil ich... Schau, das finde ich. Da war eine Granat und so, konnte ich wegrennen. Nix. Nick, Nick, gut, und mit diesem Nick, Nick, verabschieden wir uns und sagen, auch Wiedersehen, jetzt bitte. Nick, 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 Nick. Nick, Nick.